Keine Zeit zu verlieren. Das war ja schön, dass die so einfach herzustellen war. Woraus hast du die hergestellt? Aus Holz und Weg? Oder aus Dreck und Licht? Oder wie? Oder was? Oder was meinst du? Die war einfach herzustellen und du bist die ganze Zeit da rumgestanden. Na egal. Hauptsache wir haben das Gegengift. Den Zwerg gibt es gleich wieder super. Hoffentlich. Wahrscheinlich wurde der gar nicht vergiftet. Der wollte nur Pause machen. Schneller. Hier war früher erst mal 300% fliegen. Ach nee. Jetzt ist ja Vergangenheit. Tolles Mount. Den will ich haben. Jetzt guck mich so traurig. Ich kann dich auch anzünden, wenn du willst. So, da la la. Ja. Saufen, Junge. Data. wie Amen.